Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Wälder glaubt. Wir stehen hier in diesem Wald, der komplett vernichtet werden soll. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, wie man das verhindern kann. Willkommen in Oak Town, eines von mittlerweile acht Baumhausdörfern. Irgendwann holen sie mich hier runter, aber ich kann es ihnen schwer machen. Ich bin ja seit zehn Jahren hier aktiv und in diesem ganzen Verfahren hat sich herausgestellt, dass wir Bürger einfach keine Lobby haben. Ja, diese Zerstörung, das kann man schlecht verpacken für sich selber jetzt. Das sind die kleinen Heimatfresser. Große Heimatfresser kommen ganz am Schluss. Könntest du kurz umreißen, worum es in den Firmen geht oder auch die ganze Situation, für die das vielleicht nicht so verfolgt haben, was da los ist oder los war? Gut, nicht weit von Köln, im Rheinischen Braunkohlerrevier, gibt es mehrere Tagebaue. Das ist das Rheinische Braunkohlerrevier von RWE-Betrieben. Und dieses Braunkohlerrevier ist das größte Europas und es ist gleichzeitig auch die größte CO2-Quelle Europas. Deswegen gibt es dort viel Protest, Widerstand gegen diesen Tagebauern von verschiedenen Gruppen. Und ich habe im Jahr 2015 angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich herausgefunden habe, dass es dort den Hambachforst gab. Das ist ein Wald neben dem Tagebau Hambach. Der Tagebau Hambach ist der größte, das größte Loch Europas. Dort gibt es einen Wald, der früher sehr groß war, aber jetzt ist es nur noch ein Rest, so 500, 600 Hektar groß. Und in diesem Wald, habe ich damals erfahren, lebten Menschen in Baumhäusern, die den Wald besetzt haben, um eine Rodung zu verhindern oder zumindest eine Rodung im Weg zu stehen. Das ist aber nur ein Teil des Protestes. Es gibt auch Gruppen, die noch viel länger dabei sind, gegen den Tagebau vorzugehen. Viele Bürgerinitiativen aus den Dörfern in der Region, die auf verschiedene Weise von dem Tagebau betroffen sind. Entweder Dörfer, die umgesiedelt werden müssen, weil sie komplett abgerissen werden. Es gibt aber auch Dörfer, die werden nicht umgesiedelt, aber die erleben, dass der Tagebau an die Dorfgrenze herankommt und haben dadurch etliche Probleme wie Feinstaubbelastungen, Lärm und so weiter. Und es gibt nicht viele, sondern einige Bürgerinitiativen, die da schon sehr viele Jahre unterwegs sind und als sehr kleine Gruppen versucht haben, etwas gegen den Tagebau zu unternehmen. Eine Gruppe ist eine Bürgerinitiative aus Bühr, die Bührer für Bühr. Die habe ich von Anfang an auch begleitet. Und dann gibt es noch Menschen, die umgesiedelt werden. Ein Protagonist im Film ist ein Umsiedler, Lars Zimmer, der aber das nicht einsieht, dass er vertrieben wird und dieser Umsiedlung trotzt. Und ja, ich habe damals festgestellt im Jahr 2015, ich habe mitbekommen, dass große internationale Proteste im rheinischen Braunkohlerivier stattfinden sollten, dass Menschen aus ganz Europa dahin kommen, um Aktionen des zivilen Ungehorsams im Tagebau zu machen. Das hat mich interessiert, weil ich das Ganze auch nicht kannte, obwohl ich wirklich schon sehr lange in Köln lebe, war mir der Ausmaß dieser Tagebau nicht bewusst und der Umweltauswirkungen und Klimaauswirkungen, die das hat. Und mich hat vor allem interessiert, dass ich mitbekommen habe, dass diese Klimaaktivisten aus Europa und die Gruppen von Bürgerinitiativen vor Ort und Umsiedlern und Menschen vor Ort, dass da versucht wird, ein Netzwerk zu bauen, um gemeinsam gegen diese Tagebau vorzugehen. Es gibt auch Umweltgruppen wie der BUND, die noch länger dort unterwegs sind, 30 Jahre schon, versuchen über legale Wege mit Klagen gegen die Tagebau vorzugehen. Und dieses ganze Konglomerat von Gruppen hat mich sehr interessiert. Vor allem hat mich die Verknüpfung interessiert. Wie arbeiten die zusammen jetzt Bürger, kleine Gruppen von Bürgern aus einem Dorf in der Provinz mit radikalen Aktivisten, die den Wald besetzen? Ist das eine Konstellation, die miteinander funktioniert? Die sind so unterschiedlich. Und das war, was mich interessiert hat. Und das habe ich damals angefangen zu filmen, 2015. Also man kann ja sagen, gerade im Kölner Raum haben das ja auch viele verfolgt und sind auch solidarisch mit dieser ganzen Bewegung. Auch wenn sie nicht unbedingt gerade vor Ort waren. Ist da jetzt noch, also würdest du sagen, was ist jetzt dein Schwerpunkt? Weil gerade in Köln würde man ja sagen, das Informationsbedürfnis ist gedeckt. Man hat genug Bilder gesehen. Was ist sozusagen jetzt dein Ansatz, dein Schwerpunkt gewesen? Also mein Ansatz damals war, dass das überhaupt bekannt wird. Weil 2015 war das Informationsstand sehr niedrig, auch in Köln. Also es gab nur sehr wenige kleine Gruppen, die wussten, was da los ist. Das hat sich 2018 geändert, als diese Räumungsaktion so groß war und der Protest dagegen auch so war. Ich habe ja schon viel früher angefangen, das zu dokumentieren. Und was mich von Anfang an interessiert hat, war, welche Entwicklungen machen die Menschen dadurch, die ich begleite über mehrere Jahre. Und vor allem, ja eben, wie kommen sie zusammen? Nähern sie sich aneinander an? Es gibt Gruppen, die sind sehr radikal. Es gibt andere, die sind gemäßigt. Also wie kommen die zusammen und warum? Also was steht eigentlich dahinter? Wie kommen Menschen dazu, große Teile ihres Lebens damit beschäftigt zu sein, so einen Widerstand zu leisten? Und die andere Sache ist natürlich, nach dem, was ich damals nicht wissen konnte, als ich angefangen habe, dass es so ein Ausmaß bekommen würde im Herbst 2018, dass es so groß würde, der Protest, das konnte ich nicht ahnen. Mir war schon klar, dass das Thema immer wichtiger sein würde, Braunkohle, aber dass es so groß wird, diese Proteste im Herbst 2018, die um die Räumung herum waren, das wusste ich nicht. Und was ich dann erzählen wollte mit dem Film war, wie kommt es dazu? Wie kommt es letztendlich dazu, dass ein Protest, der jahrelang praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor sich hin passiert, dass der so groß ist? Wie kommt es dazu, dass so viele Menschen immer mehr sich berufen fühlten, dahin zu gehen und sich solidarisch erklären mit diesen Menschen vor Ort? Die Relevanz dieses Dokumentarfilms kommt ja auch daher, dass dadurch diese Problematik am Hambacher Forst und auch die ganze Kurlik-Problematik im Rheinland, dass das auch global eine wichtige, dass da jetzt eine wichtige Bekehrtwende entsteht, wo der Hambacher Forst, wo der Protest auch eine Schlüsselrolle gespielt hat? Also ich glaube, dass der Hambacher Forst mittlerweile zu einem Symbol sich entwickelt hat, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Warum das so ist, hat verschiedene Gründe wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, dass das halt ein Ort ist, an dem sehr greifbar ist, wie die Hauptkonflikte unserer Zeit und die, die uns in den nächsten Jahren verfolgen werden, wie sich die austragen. Also es ist ein sehr kleiner Ort, an dem sich sehr viel zeigt. Es gibt ein Riesenunternehmen, dessen Interessen durchgesetzt werden, auch politisch, auch mit Polizeigewalt. Und es gibt das Interesse, das höhere Interesse des Umweltschutzes und vor allem des Klimaschutzes. Ich glaube, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen klar geworden ist, dass Klimawandel ein Problem ist, das sehr, sehr nah ist, dass wir uns sehr dringend damit beschäftigen müssen. Und ich glaube, dass das eine große Rolle daran gespielt hat, dass dieser Protest plötzlich so viel größer wurde. Also vor allem im letzten Jahr gab es auch diese Dürre. Davor gab es ständig irgendwelche Meldungen. Und je klarer das Thema Klimawandel den Menschen wird, immer mehr Menschen wird, desto mehr Leute gab es, die sich dort engagiert haben und unterstützt haben. Und deswegen glaube ich, dass das sich zu einem Symbol entwickelt hat für die Art von Klimakämpfe, die auch woanders geführt werden. Das ist einfach hier sehr, sehr greifbar und auch sehr bildlich. Also allein im Film kann man das sehen, wie sich das visuell darstellt, dieser kleine Wald und diese riesigen Mondlandschaften und das, was alles da verloren geht. Es ist ja auch nicht nur das Klima, sondern auch diese komplette Zerstörung von Landschaften, von Heimat, von landwirtschaftlichen Flächen und von Dörfern, die auch sehr viele Menschen sehr betroffen machen. Ja, wie gehen die Menschen damit um, mit dieser Zerstörung, die man ja im Film auch immer wieder sieht? Wie gehst du damit um? Wie gehen die Menschen damit um, die da leben? Also für viele Menschen in der Region ist das normal. Das haben sie schon immer gesehen. Das blendet man ab, glaube ich. Und für viele andere Menschen ist das sehr schmerzhaft. Das bezieht sich vor allem auf die Menschen in umgesiedelten Dörfern. Das habe ich mal gelesen, dass Psychologen das beschreiben. Der Verlust der Heimat in dem Maße ist wie der Verlust eines geliebten Menschen. Und da braucht man genauso lange, um diesen Trauerprozess durchzumachen, den man braucht, um das zu bewältigen. Den Protagonisten, den ich verfolgt habe, für ihn war das besonders schwer. Aber ich habe mittlerweile viele andere Menschen kennengelernt. Es gibt ja noch fünf Dörfer, die komplett intakt sind, die diesen ganzen Prozess jetzt noch vor sich haben für die nächsten zehn Jahre. Dieser Prozess ist sehr schmerzhaft. Der ist auch in den letzten Jahrzehnten für viele Menschen sehr schmerzhaft gewesen. Es gab auch, es gibt eine hohe Selbstmordrate dort. Es gibt viele Menschen, die das nicht verkraften, die weg müssen. Es gibt alte Menschen, die hoffen, dass sie sterben, bevor sie umsiedeln müssen. Es ist schon ein sehr traumatischer Prozess. Das wurde immer so gesehen als ein Problem von wenigen, den man in Kauf nehmen muss, weil die Energieversorgung der Gesellschaft wichtiger ist. Das Problem ist jetzt, dass viele Menschen das gar nicht mehr so einsinnen, weil sie meinen, dass es für die Energieversorgung nicht mehr nötig wäre, diese Braunkohle weiter zu fördern, da es ja Alternativen gibt. Und auf der anderen Seite auch noch dieses Problem ist, dass die Braunkohleförderung wirklich die größte, also die klimaschädlichere Energieversorgung ist. Und deswegen ist das für Menschen, die vor Ort sind, viel schwieriger noch geworden, diese Zerstörung zu akzeptieren, weil sie den Sinn darin nicht sehen. Ja. Du hast es ja auch als Filmemacherin erlebt, die Zerstörung. Ja. Wie bist du denn damit umgegangen, wenn du das so, du warst ja im Rater Dom, als der zerstört wurde. Wie verarbeitest du das oder wie erlebst du das? Also, gerade Immerath war für mich ein sehr emotionsgeladener Ort. Ich habe entschieden, dass ich den Film mache an dem Tag, an dem ich zum ersten Mal in Immerath war. Und das war auch 2015 und damals war das Dorf noch intakt. Es war ein sehr schönes Dorf. Und es war aber schon komplett leer. Also ein Geister, nicht komplett, es gab noch fünf, sechs Familien, die dort lebten. Und ansonsten waren alle Geschäfte zu, die Straßen leer, die Häuser zu. Und es war ein Geisterdorf, das hatte ich noch nie gesehen. Weil ich, wie gesagt, die Region nicht gut kannte bis dahin. Und das hat mich wirklich sehr betroffen gemacht, weil ich immer gedacht hatte, Umsiedlungen wären eigentlich etwas, was im Prinzip der Vergangenheit gehört. Und mir war nicht klar, dass es noch Umsiedlungen gibt, die jetzt noch anfangen. Das fand ich auch schwer zu akzeptieren. Und ja, ich habe dieses Dorf gesehen, als es noch intakt war. Ich habe einen Menschen begleitet, der extrem verbunden an diesem Ort war. Und ich habe das im Laufe der Jahre gesehen, wie dieses Dorf immer weiter zerstört wird. Und ich muss sagen, das ist schwer damit umzugehen. Auch als jemand, der nicht dort lebt und der nicht direkt betroffen ist. Weil eben diese Sinnlosigkeit des Ganzen immer im Vordergrund steht. Und ja, das sind ja auch im Prinzip Kulturgüter. Nicht nur die Kirche, sondern diese Art von Dörfer und Landschaften, die da verloren gehen. Und ja, neulich war ich wieder dort. Das letzte Mal war ich in Immerath gewesen, als wir gedreht haben, wie die Kirche abgerissen wird. Und jetzt war ich ein halbes Jahr später, nee, über ein Jahr später nochmal dort. Und es ist fast nichts übrig. Und ich muss sagen, das hat mich richtig betroffen auch gemacht. Schmerzhaft. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass die Menschen, die dort leben, die dort aufgewachsen sind, dass das für die schwer erträglich ist. Aber gut, Zerstörung ist ja nicht nur der Dörfer. Die Zerstörung des Hambacher Vorausses habe ich auch nicht gesehen. Also es wurde in der Zeit, in der ich dort gedreht habe, ein paar Mal gerodet. Irgendwann dann nicht mehr, weil es immer wieder gerichtliche Entscheidungen gab, die die Rodung zumindest für eine Saison verhindert haben. Aber zum Beispiel, als die Räumung war im letzten Jahr, während der Räumung wurde natürlich viel gerodet, weil diese großen Räumungsgerätschaften nicht durch den Wald kommen, wenn da Bäume im Weg sind. Und das ist auch alles sehr emotional. Also das habe ich auch miterlebt, nicht nur bei mir, sondern bei den Menschen in meinem Team, aber auch bei anderen Pressevertretern, die vor Ort waren. Dass das zu beobachten und das zu filmen ja schon auch emotional ist, zumal ich dort auch die Menschen kenne, also einige Menschen kenne, die dort in diesem Wald leben. Und vor allem in einem Baumhausdorf, das heißt Oaktown. Und ich habe da auch über Jahre gesehen, wie sie sich dort auch ein Zuhause aufbauen. Und dann sieht man, wie das innerhalb von wenigen Stunden alles zerstört wird. Das ist ein bisschen unbegreiflich teilweise. Das ist ja auch ein Film über zivilen Widerstand geworden. Genau. Wie hast du diesen zivilen Widerstand erlebt in dieser Form? Das ist eigentlich das wichtigste Thema des Films, ziviler Ungehorsam. Ist er gerechtfertigt? Wann ist er wirkungsvoll? Warum gibt es Leute, die das anwenden? Was steht dahinter? Und vor allem, warum, das ist ja auch die Hauptentwicklung in diesem Film, gibt es immer mehr Menschen, die zivilen Ungehorsam praktizieren oder die zumindest sich solidarisch damit erklären. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Entwicklungen in diesem Film und auch in den Protesten in dieser Region. Dass immer mehr Menschen angesichts der starren Position von RWE und von der Politik keine andere Möglichkeit mehr gesehen haben, als ungehorsam zu werden. Und das habe ich versucht, in dem Film zu erzählen. Wenn ich das beurteilen sollte, wie viel das gebracht hat, ich glaube, dass angesichts dessen, dass das schon sehr viele Jahre und Jahrzehnte dort Widerstand war, wie gesagt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, dass der zivile Ungehorsam die Rolle gehabt hat, dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Also man kann ja auch so, man hat das Gefühl, wenn man den Film sieht, dass sich da zwei Menschentypen auch gegenüberstehen. Die einen, die mehr so für den Status quo stehen und die Regeln befolgen oder die Befolgung der Regeln einfordern müssen. Und andere, jüngere Leute vielleicht, die ein globales Bewusstsein haben, ein Gefühl dafür, dass sich irgendwie etwas ändern muss. Vielleicht auch nicht genau wissen, was und wie. Du hast dich ja vor allem um den Widerstand gekümmert in dem Film. Wie hast du diese beiden Seiten? Kannst du mir die Seite ein Beispiel erklären? Wen meinst du? Also zum Beispiel Polizei und Ordnungsdienste gegenüber zum Beispiel Klamsi, den Protagonisten. Das sind ja zwei verschiedene Weltbilder vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, da prallen verschiedene Weltbilder aufeinander in diesem Konflikt. Ich glaube, das ist auch beispielhaft für diese Art von Konflikt. Deswegen ist auch eine Frage des Films immer, wie ist eigentlich der Zustand unserer Demokratie auch? Also wieso ist es so schwer, Entscheidungen, die man einmal getroffen hat, zu revidieren? Oder zumindest in Frage zu stellen, wenn sie sich als schlecht herausstellen. Und wie beeinflusst die Tatsache, dass diese Entscheidungen nicht revidiert werden, die Entwicklung der Menschen und des Widerstands? Und ja, ich hatte nicht vor, einen Film zu machen, der von allen Seiten gleich den Konflikt beleuchtet, sondern ich wollte einen Film über den Widerstand machen. Und die andere Seite habe ich im Prinzip reflektiert über meine Protagonisten. Also im Prinzip erscheinen die anderen Positionen immer in Bezug auf den Widerstand. Wie reagieren sie auf den Widerstand? Oder was tun sie, was dann wieder eine Reaktion im Widerstand hervorruft? So habe ich das thematisch behandelt. Was ich erlebt habe, ist, dass die Positionen von beiden Seiten als sehr starr erlebt werden, die Positionen der anderen Seite. Und dass die Auseinandersetzung, die durchaus stattfindet und der Dialog, der durchaus stattfindet, nicht leicht ist. Was die Polizei betrifft, habe ich, glaube ich, beobachtet zu haben, dass sich das im Laufe der Arbeit auch teilweise geändert hat. Also die Polizei hat durchaus sehr starr und auch gewalttätig agiert in diesem Konflikt. Richtung Ende der Räumung habe ich beobachtet, dass es auch Polizisten gab, von denen man den Eindruck hatte, dass sie auch Probleme haben, dass sie nicht dazu standen. Oder dass sie das nicht verstanden haben, was der Sinn ist, diese Aktion. Das hat gebröckelt. Das ist eine subjektive Beobachtung von mir. Ich kann das natürlich nicht belegen, aber es gab auch in den Medien Diskussionen, auch in denen die Polizei beteiligt war und wo man auch Aussagen verfolgt hat, zum Beispiel der Gewerkschaft der Polizei, die gesagt hat, also im Prinzip muss eigentlich dieser Konflikt erstmal politisch geklärt werden, bevor wir hinzugeholt werden, das durchzuziehen, wenn es eigentlich noch nicht klar ist, wo die politische Richtung geht. Und die haben schon gefordert, dass es im Prinzip einen gesellschaftlichen Konsens gibt, bevor sie eingreifen. Das hat nicht stattgefunden. Und ich glaube, das war möglicherweise für Teile der Polizisten, die dort waren, auch schwierig. Die Polizei hat natürlich ihren Job und muss Befehle befolgen. Die Frage ist, wie man Befehle befolgt und wie weit man geht. Also man hat da schon sehr viele Überschreitungen, Grenzüberschreitungen gesehen, die für mich nicht nachvollziehbar sind von Seiten der Polizei. Aber man hat auch Polizisten gesehen, die da sich zurückgehalten haben oder von denen man den Eindruck hatte, dass irgendwie müssen sie hier etwas durchsetzen, was sie auch nicht hundert Prozent verstehen können. Ja, also du sagtest auch schon, 2018 ist diese mediale Aufmerksamkeit ein bisschen explodiert. Du warst ja auch immer vor Ort als Journalistin. Wie hast du das erlebt, die Journalistin vor Ort? Warst du da am Anfang ziemlich allein oder hast du andere Journalisten dann auch kennengelernt? Und warst du da am Ende vielleicht eine von vielen, die sich irgendwie durchdrängeln musste? So war das genau, ja. Am Anfang war ich ziemlich allein. Also dieses Thema wurde medial verfolgt in der Regierung. Also Anfang war 2015? 2015 für mich, genau. In der Region wurde zwar darüber berichtet. Meiner Meinung nach war die Berichterstattung relativ einseitig, vor allem was die Aktivisten im Hambacher Forst betrifft. Und was die Bürgerinitiativen und den Protest oder den Widerstand in den Dörfern war, glaube ich, wurde das mehr oder weniger ignoriert, weil das letztendlich auch nicht spektakulär genug ist. Ich war da sehr lange sehr viel alleine. Und ich habe auch beobachtet, also ich war oft da, wenn etwas passierte, wenn es eben eine Situation gab, eine Räumung, ein Polizeieinsatz. Dann kam natürlich Presse und dann gingen die auch. Und ich blieb. Und ich blieb eigentlich immer, um zu sehen, was passiert nach der Schlagzeile oder davor. Was steht eigentlich dahinter? Das war mein Ansatz und das habe ich auch versucht im Film herauszuarbeiten. Das hat sich geändert sehr im Laufe der Jahre. Immer kamen mehr dazu. Und am Ende, ja in der Zeit der Räumung 2018, musste man sich wirklich durchdrängeln durch die anderen Pressevertreter. Und ja, im Prinzip meine Protagonisten, die Menschen, die ich über Jahre begleitet habe, waren auch ständig in irgendwelchen Interviews mit anderen Medienvertretern. Und es wurde immer schwieriger, sie zu bekommen. Ja, vor allem als der Konflikt eskalierte letztendlich während der Räumung. Das war auch eine... Während der drei Wochen Räumung hat man immer eigentlich dieselben Leute getroffen, die praktisch da immer waren. Und man hat aber auch gemerkt, und das ist auch wieder meine objektive Beobachtung, dass auch die Pressevertreter immer mehr in den Konflikt im Prinzip reingezogen wurden und irgendwie Position beziehen mussten und sich auch geärgert haben oder viel Unverständnis gebracht haben. Das habe ich auch versucht im Film zumindest anzuweisen als Thema. Es ist ein Konflikt, in dem immer mehr Menschen Position beziehen müssen. Man kann da sehr schlecht neutral zu bleiben. Wusstest du von Anfang an, dass das praktisch Kinostoff ist oder dachtest du, das ist jetzt irgendwie was fürs Fernsehen? Ich dachte von Anfang an, dass das ein großes Thema ist und dass ich gerne was Langes machen würde und dass es ein Kinostoff sein könnte. Allein visuell finde ich, dass das sehr viel hergibt. Weil es letztendlich auch im Prinzip eine David-Gig-Goliath-Geschichte ist, wie man die selten findet. Aber ich habe eher so gearbeitet, wie die Produktionsbedingungen waren. Am Anfang habe ich versucht, das Thema im Fernsehen zu platzieren, weil es der Weg ist, denn ich arbeite normalerweise für das Fernsehen. Das hat nicht funktioniert und dann habe ich angefangen zu drehen, indem Freunde von mir Geld gegeben haben für die ersten Drehs. Und dann habe ich gesagt, ich fange jetzt an zu drehen und dann werde ich sehen, wie sich das weiterentwickelt. Danach hatte ich einen Fernsehauftrag, da habe ich eine Reportage gemacht. Später kam noch ein Auftrag, dann habe ich wieder eine Reportage gemacht. Und dann gab es Momente, wo klar war, okay, jetzt ist kein Auftrag mehr da, aber ich werde das weiter drehen, weil ich immer im Kopf hatte, ich will eigentlich einen langen Film machen. Und ich hatte zum Glück ein Team, das da mitgezogen ist, auch in den Zeiten, in denen die Finanzierung nicht da war. Und irgendwann hatte ich dann eine Förderung von der Filmstiftung NRW und dann war klar, das wird ein Kinofilm. Bis dahin habe ich immer gedacht, ich versuche daraus zu machen, was geht. Aber ja, also ich hatte auch überlegt, notfalls kann man das anders vermarkten übers Internet. Also mir war immer klar, ich will das machen und ich will eine lange Fassung machen und dann muss ich gucken, was funktioniert. Du hast ja selbst gesagt, dass die Journalisten zu diesen großen Themen gekommen sind, wenn der Dom abgerissen wird und so weiter. Ich weiß nicht, also für den Journalisten ist es ja immer schön, wenn was passiert. Und hier sind es ja viele negative Dinge, die passiert. Ist man da auch so ein bisschen zwiespältig? Die Medien stützen sich auf Ereignisse, die in irgendeiner Weise spektakulär sind. Das hat weniger mit den einzelnen Journalisten zu tun, als mit dem, wie Medien funktionieren. Das ist einfach die Schlagzeile. Und wenn ein Thema über einen längeren Zeitraum läuft und spektakulär, dann wird oft nicht darüber berichtet. Das ist etwas, was ich beobachte und was ich schade finde. Und ich sehe mich als Journalistin eigentlich in der Pflicht, Hintergründe zu beleuchten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, Verständnis zu haben dafür, woher die Dinge kommen. Also zum Beispiel ist in diesem Thema etwas, worüber man immer berichtet, ist Gewalt in den Auseinandersetzungen. Vor allem im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst. Das ist ein Thema, über das ständig berichtet wurde, auch schon 2015 in der Region. Und auch immer in dieselbe Richtung. Bei Setzheim haben wir Hervorst haben Gewalt gegen Mitarbeiter oder gegen die Polizei geführt. Für mich war das irgendwann so, dass ich mich wirklich fragte, ob die Menschen, die ich dort kenne, ob ich die in einer Weise in Zusammenhang bringen kann mit diesen Auseinandersetzungen. Und dem war nicht so. Und deswegen habe ich versucht, einfach immer zu bleiben und zu gucken, was ist da, was ist auch von dem, was ich höre, wahr und was nicht. Weil da gibt es auch sehr viel leider oberflächliche und nicht genaue und nicht überprüfte Berichterstattung. Oft habe ich gesehen, wie einfach Pressemitteilungen der Polizei übernommen wurden von Kollegen, ungeprüft, ohne Gegendarstellung und so weiter. Und das sind dann so Dinge, wo für mich ein Bild entstanden ist, dass da etwas nicht stimmt. Aber um dahinter zu kommen, ich meine, ich komme auch nicht dahinter, was stimmt und was nicht und was hat stattgefunden, weil ich auch nicht ständig da bin und ich auch nur ein Teil der Realität mitbekomme. Aber zu hinterfragen ist alles, was ich höre, wahr. Um das zu tun als Journalist, was ich glaube, unsere Pflicht ist, muss man dort bleiben. Also man muss mehr Zeit aufwenden. Und da ist wieder das Problem, wie funktioniert die Arbeit der Journalisten, dass solche Zeiträume oft auch nicht gegeben sind. Also je nachdem, in welchen Zusammenhängen man berichtet. Wie lange warst du insgesamt da? Also über die letzten vier Jahre? Kann ich nicht sagen. Also ich war zeitweise sicher wöchentlich da. Also ich habe da jetzt nie gewohnt oder so in der Region. Ich war sicher zeitweise wöchentlich da, zeitweise mehrmals in der Woche und zeitweise auch ein paar Monate lang nicht da. Also je nachdem auch, ob wir gerade gedreht haben oder nicht. Wenn du ein Dokumentarfilm drehst, dann willst du das ja auch an persönlichen Storys ein bisschen aufhängen. Wie findest du dann deine Protagonisten? Wie hast du in diesem Fall, Klamsi zum Beispiel, wie hast du dich für ihn als Protagonisten entschieden? Wie man die Protagonisten findet? Also klar, du fängst an ein Thema zu recherchieren und dann fragst du Leute und dann sagen sie dir, rede mit dem und dem. Und dann gehst du da hin und redest mit Menschen. Im Hambacher Forst ist es so, dass viele Menschen nicht vor die Kamera gehen möchten oder auch nicht mit Medien reden und sich nicht filmen lassen und die meisten auch nicht unvermummt das machen. Deswegen, Klamsi war jemand, der bereit war, das zu tun. Am Anfang war es ja auch nicht klar, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen wird für ihn auch, weil wir nicht wussten, wie lange wir drehen. Und es erstmal auch Aufträge gab, die kürzer waren. Der hat sich darauf eingelassen und ich habe auch am Anfang mit einer anderen Besetzerin aus dem Wald gedreht, die aber dann nicht mehr da war ab einem gewissen Zeitpunkt. Und deswegen hatte ich für den Film in der jetzigen Fassung entschieden, dass der Protagonist aus dem Wald Klamsi ist. Und am Anfang war das so, dass sich das so ergeben hat und irgendwann habe ich gesehen, dass er ein guter Protagonist ist. Einfach jemand, der sehr sympathisch ist und auch einfach sehr intelligent und der auch sehr gut auf den Punkt bringen kann, worum es ihm geht und warum er die Dinge tut. Und er auch sehr klar sich positioniert und ehrlich auch darüber redet. Deswegen war es einfach auch mit ihm zu drehen. Es war klar, ich frage ihn alles, er antwortet, was er will. Und es gibt ja auch mit Antje Grothus diese interessante Geschichte, dass sie dann Mitglied der Kuldekommission wurde. Ja, genau. Also Antje Grothus habe ich auch relativ am Anfang meiner Recherchen gefunden. Mich hat sehr interessiert, dass sie in diesem Dorf lebt, das sehr nah am Hambacher Forst ist und dass sie zu der Gruppe gehört, die relativ am Anfang schon der Hambacher Forstbesetzung mit dem Besetzern zusammengearbeitet hat. Und das fand ich sehr interessant, weil das im Prinzip diese kleine Bürgerinitiative mit acht Mitgliedern, glaube ich, hat sie aus wirklich einem sehr bürgerlichen Umfeld auch. Und diese besetzte Zusammenarbeit und das fand ich sehr spannend. Und ich habe mich gefragt, wie das funktioniert. Und ja, Antje Grothus ist eine sehr engagierte Person, die da im Prinzip auch unfreiwillig, weil, wie sie das selbst erzählt hat, sie da sehr lange gelebt, ohne sich wirklich mit dem Tagebau zu beschäftigen. Und in einer Zeit, in der die Welt noch in Ordnung war und für sie hat das angefangen in dem Moment, in dem die Autobahn A4 verlegt wurde an den Ortsrand und sie dann gemerkt hat, okay, jetzt ändert sich wirklich unsere Lebenssituation hier und ich will was dagegen machen. Und sie auch dachte, das lässt sich schnell regeln, weil die Politik wird sich auf die Bedürfnisse der Bürger einlassen. Und aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht hat über Jahre, dass das nicht so ist und dass im Prinzip die Interessen dieses Unternehmens überwiegen, auch in der Region in einem sehr breiten Maße, hat sie sich immer mehr politisiert und immer mehr engagiert. Und das fand ich sehr interessant zu verfolgen. Was ich natürlich nicht wissen konnte, ist, dass diese Entwicklung so weit geht, dass sie irgendwann Mitglied der Kohlenkommission der Bundesregierung sein wird. Das war für mich eine totale Überraschung. Und im Prinzip, ja, wenn man ein Drehbuch geschrieben hätte, hätte man es sich nicht besser einfallen lassen können. Meinst du, die Medien haben dann auch einen Einfluss auf das Geschehen, wenn du dann als Redistin vor Ort bist, wo du sagst, jetzt ist es auch eine Form von Unterstützung oder so? Schwer zu sagen. Also manchmal hat man das Gefühl, dass die Anwesenheit von Kameras in Situationen, die eskalieren können, dazu führt, dass es nicht eskaliert. Das hat man manchmal schon das Gefühl und das hat durchaus dazu geführt, dass wir manchmal sehr lange da geblieben sind. Weil nicht nur ich, sondern auch das Team das Gefühl hatten, wer weiß, was passiert, wenn wir jetzt weggehen. Das ist durchaus so. Aber nicht immer. Manchmal sind auch Situationen eskaliert, obwohl es zehn Kameras vor Ort gab. Da gibt es zum Beispiel eine Szene im Film, wo die Polizei relativ rabiat mit Pfefferspray auf dort stehenden Demonstranten losgeht. Und da hat mich neulich jemand gefragt in einem Interview, ist das, wie kann es sein, dass ihr das drehen durftet? Und ich kann das nicht beantworten. Aber das war so. Es gab ja im Hambacher Wald dann auch einen Todesfall im September 2018, wo ein Blogger oder Journalist, junger Journalist, von einer Hängebrücke gestürzt ist, der praktisch die Situation dort begleitet hat. Ihr wart nicht vor Ort. Wie habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das erlebt? Und wie habt ihr entschieden, was ihr dann, wie ihr dann im Film damit umgeht? Also wir waren nicht vor Ort an dem Tag. Wir haben das dann erfahren im Prinzip über die Medien. Ich war ziemlich schockiert, weil das natürlich sowieso tragisch ist, dass jemand gestanden, ein junger Mann gestorben ist, auf dieser tragischen Weise. Außerdem war das jemand, den ich durchaus gesehen hatte, mit dem ich mich unterhalten hatte, in dem Rahmen, dass wir dort alle die Presse- und Medienvertreter auch uns kannten, ab einem gewissen Punkt. Das hat mich sehr getroffen. Und ich habe auch lange überlegt, wie ich damit umgehe im Film. Ich habe Material bekommen von anderen Leuten, die auch gefilmt hatten, die Situation, als dieser Mensch gestürzt ist. Ich habe mich dagegen entschieden, das zu zeigen. Erstens, weil ich irgendwie aus Respekt wollte ich auch diese Situation nicht zeigen. Ich weiß nicht, wie traumatisch das ist für Betroffene, für die Familie und so weiter. Und außerdem wollte ich jetzt nicht implizieren, dass wir das gefilmt hätten. Wir waren einfach nicht da. Und ich habe teilweise auch Material überlegt zu benutzen von Situationen, die von anderen Menschen gefilmt wurden, während ich nicht da war. Und am Ende habe ich das nicht gemacht, weil letztendlich diese Geschichte durch meine Perspektive erzählt wird. Und ich wollte nicht so tun, als ob wir dabei gewesen wären. Dann waren wir nicht. Ich habe dann mich entschieden, diesen Todesfall so darzustellen, wie er sich auch für die Protagonisten, also in der Reaktion der Protagonisten und in der Reaktion des Widerstands und der Entwicklungen, die es dann gab. Und ich hatte ja erzählt, dass der Film halt auch die rote Linie heißt, weil es auch immer um Grenzüberschreitungen geht und welche Auswirkungen sie haben im Rahmen dieses Konflikts und dieses Protestes. Und das war zum Beispiel, dass jemand dort gestorben ist wegen eines Einsatzes, den viele Menschen als komplett maßlos und absurd und sinnlos erlebt haben, dass dann jemand dort gestorben ist, auch aufgrund der Situation, dass sehr viel Stress dort produziert wurde. Und er sich wahrscheinlich aufgrund dieses Stresses nicht gesichert hat, so wie ich das verstanden habe, dass das ein Punkt war, wo noch mehr Leute den Schritt gemacht haben in den zivilen Ungehorsam. Und ich glaube, das ist halt insofern ein wichtiger Schlüsselmoment auch im Film, der das erzählt, dass eben diese Art von Überschreitungen von roten Linien dazu führt, dass die Leute sich nicht mehr identifizieren mit der Politik oder mit dem Staat und bereit sind auch ungehorsam zu werden. Also was ist für dich der Unterschied zwischen dem Selbst erlebt haben und das dann später als Bild alles und Bild und Ton zu sehen? Können die, können das Bild das dann nochmal so transportieren oder braucht so eine Dokumentation dann immer so die persönliche Sicht des Protagonisten oder eines Protagonisten? Nochmal, was meinst du genau? Du hast das ja alles auch erlebt. Du hast das ja dann auch als Bild und Ton gesehen in deinem Dokumentarfilm, als du es geschnitten hast. Ja. Und hier wird das natürlich an alles nochmal wach, das Erleben. Aber für den Zuschauer, ist das auch als Kinofilm praktisch nochmal, glaubst du, erfahrbar oder ist das doch auch was anderes, das persönlich zu erleben? Man versucht ja, ich versuche ja mit dem Dokumentarfilm etwas zu erzählen, was passiert ist oder was ich so erlebt habe, wie es passiert ist. Und das kann man in gewissem Maße nur reproduzieren. Für den Zuschauer, wenn es mir gut gelungen ist, dann wird er ein Gefühl dafür bekommen, was dort vor Ort war, natürlich durch meinen Fokus gefiltert. Und durch den Fokus der Protagonistin. Also ich habe versucht, in groben Zügen, das Wesentliche dessen, was ich dort, die entscheidenden Ereignisse, also jetzt nicht chronologischen Ereignisse, sondern die Entwicklung, die gesellschaftliche Frage, die gesellschaftliche Entwicklung, die ich dort gesehen habe, in meinem Film zu erzählen. Und das muss jemand anderes beurteilen, inwiefern das gelungen ist. Also ich glaube, dass Dokumentarfilme durchaus sehr viel darstellen können von Realitäten, mit denen man im Prinzip nie zu tun hatte. Das kenne ich als leidenschaftliche Zuschauerin von Dokumentarfilmen, dass man das Gefühl hat, okay, ich kriege jetzt einen Einblick in eine Welt, was ich sonst nie mir hätte vorstellen können. Aber gut, das ist die Frage, wie gut das gelungen ist. Ich hoffe schon. Nur ganz kurz, wie ist jetzt der aktuelle Stand? Hat sich die Lage ein bisschen entspannt durch die Gerichtsbeschlüsse und so weiter? Und durch die Einbesetzung der Kohlekommission? Oder ist da jetzt aktuell immer noch sehr dramatisch, was da passiert? Ich würde sagen, es hat sich entspannt. Ich war jetzt auch nicht mehr oft da. Die Besetzung ist fortgeführt, oder was heißt, ist neu, der Wald wurde neu gesetzt. Das sind teilweise andere Leute als früher, teilweise dieselben. Ich glaube, dass es im Moment nicht so viele Auseinandersetzungen gibt, obwohl man immer wieder was hört. Auch Polizeieinsätze sind, aber es gab keine neue Räumung. Es ist ein längerer Zeitraum gewonnen, in dem dieser Wald nicht gerodet wird. Aber eine endgültige Entscheidung ist nicht getroffen worden. Insofern würde ich sagen, dass der Konflikt so ein bisschen auf Eis liegt, aber nicht gelöst ist. Weil auf einem gewissen Punkt, also wird entweder die Landesregierung sich festlegen müssen und sagen, okay, die Empfehlungen der Kommission im Prinzip heißen, dass dieser Wald auch gerätet werden kann und soll. Die Kommission hat sich sehr vage ausgedrückt, aber es ist durchaus im Bericht der Kommission drin, in die Empfehlung, dass der Hambacher Forst nicht gerodet wird. Als wünschenswert wird das geäußert. Die Landesregierung hat auch gesagt, dass es wünschenswert sei und dass sie alles tun werden, um dafür zu sorgen. Bisher ist politisch nichts passiert. Und ja, RWE, die Position von RWE hat sich im Prinzip nicht geändert gegenüber dem Hambacher Forst und gegenüber der Bereitschaft, die Grenzen der Tagebaue nochmal zu überdenken. Das ändert sich nicht. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, insofern es keine klare politische Positionierung gibt. Es geht ja nicht nur um den Hambacher Forst, sondern auch um die Dörfer, vor allem die Dörfer um den Tagebau Garzweiler. Da sind ja, wie gesagt, noch fünf Dörfer, die eigentlich noch intakt sind und wo sehr viele Menschen jetzt auch sagen, auch durch diese Erfahrung, die man im Hambacher Forst gemacht hat, sind jetzt viele Umsiedler, die sagen, okay, das wollen wir auch. Wir wollen auch, dass hier die Dörfer gerettet werden. Es gibt natürlich auch andere, die wollen das nicht, weil die sind vielleicht schon umgezogen und das macht die ganze Sache ein bisschen schwierig. Aber auch dort ist es so, dass eine klare Positionierung fehlt. Und ich glaube, solange das nicht politisch geklärt wird, wird irgendwann der Konflikt wieder aufflackern. Was plant ihr zur, also jetzt am 23. Mai ist die Kinopremiere? Oder wann ist die Kinopremiere? Also es gibt eine Weltpremiere im Dogfest in München, die ist am 12. Mai im Deutschen Theater. Und in Köln ist die Premiere am 21. Mai und der reguläre Kinostart ist am 23. Mai bundesweit dann. Was plant ihr jetzt vor allem in Köln bei der Premiere? Was ist da geplant? In der Premiere in Köln werden die meisten Protagonisten da sein und große Teile des Teams. Und wir werden den Film zeigen und es wird Gespräche geben danach. Und es werden viele Leute da sein, die sicher viel zu erzählen haben zum Thema. Und das ist natürlich auch für uns eine Feier. Also das war jetzt letztendlich ein langer Weg, ein langes, schwieriges Projekt. Und ja, es gibt natürlich jetzt Grund zum Feiern, dass das zum Abschluss gekommen ist. Es haben sich sehr viele Menschen sehr engagiert dafür. Und ja, das möchte ich natürlich auch gern feiern. Danach gibt es eine Kino-Tour in einigen deutschen Städten ab dem 23.05. Da werde ich unterwegs sein und auch Klamsi und Antje Grotus sind dort dann nicht in allen Städten, aber in einigen dabei. Also läuft der Film dann auch bundesweit in Großstädten? Ja, der läuft sofern ich weiß im Moment in 30 Städten ist er schon geplant. Ich weiß nicht, ob sich da noch was ändert, aber auf jeden Fall bundesweit. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet.